Herzlich Willkommen! Ich nehme euch heute mal wieder mit in die Werkstatt, bevor wir ein Fahrzeug zum Reifendienst schaffen und ein Mehrzweckfahrzeug aus der Lackierung holen. Was haben wir hier? Hier haben wir ein TSFW, das gehört der Stadt Neuhaus hier in Thüringen, einem Ortsteil. Steinheit ist das zugeordnet. Hier haben wir Probleme mit dem Strom, das heißt das Fahrzeug ist mehrfach nicht angesprungen. Irgendwas stimmt dann mit der Sicherungsgeschichte nicht bzw. mit den Batterien nicht. Der Thomas ist schon auf der Suche, den Fehler zu suchen. Hoffen wir mal das Beste, dass wir das Fahrzeug heute oder morgen wieder fit kriegen und die Einsatzbereitschaft wieder gewährleistet ist. Zum Tagesgeschäft gehört mittlerweile auch das Beheben von kleineren Notfällen an Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr oder auch des Rettungsdienstes, welche wir in das tägliche Arbeitsgeschehen hier mit einbauen, um schnellstmöglich die Fahrzeuge wieder auf die Bahn zu bringen. Hier, das Fahrzeug kennt ihr schon, das ist jetzt so in der Endmontage, das ist das LF86, was in die Nähe von Regensburg geht nach Bayern. Da sind heute die Mitarbeiter dran mit der Hoffnung, dass es heute auch fertig wird und dass wir es morgen zur Folierung schaffen können, also für die Außengestaltung. Also ein LF86 im 7,49 Tonnen Straßenfahrbereich wie auch das 9 Tonnen Allradbereich ist das Fahrzeug, was wir am allerhäufigsten verkaufen, da es gerade für kleine und mittlere Feuerwehren eigentlich alles bietet, was man braucht. Man kann 9 Leute mitnehmen, also eine Löschgruppe, man hat Löschwasser dabei, man hat für die allgemeine Hilfe alles dabei, also eigentlich alles das, was kleine und mittlere Feuerwehren brauchen. Und deswegen bei uns das meistgekaufteste Fahrzeug. Hier haben wir, das Fahrzeug haben wir auch schon mal mit drauf gehabt, ein LF86, das ist jetzt bei der Karosserie und Lackarbeit ziemlich fertig geworden. Wir sehen hier vorne fehlen noch die Einstiege links und rechts, die sind so desolat im Zustand gewesen, dass wir die nicht wieder verbauen. Wir haben gerade bei Mercedes neue bestellt, die sind im Zulauf, sobald die da sind, werden die noch montiert und dann geht das Fahrzeug in die Nutzfahrzeugwerkstatt, wo es um Motor, Getriebe und Bremsen geht. Ihr seht, hier hinten ist auch schon alles vorbereitet für den Ausbau, das heißt also, wenn dann das Auto von der Nutzfahrzeugwerkstatt wiederkommt, dann geht es um den Ausbau bei dem Fahrzeug. Hier haben wir schon wieder eines unserer nächsten Projekte. Ja, der Hof steht immer voll bei uns, es kommen Autos und es gehen Fahrzeuge. Ein TLF1625 aus dem Baujahr 2000, das gehört der Stadt Blankenhain in Thüringen, das ist im Kreis Weimarer Land. Man sieht hier, wenn man mal genau hinschaut, dass das Fahrzeug gerade am Aufbau rundherum ziemlich stark verschlissen ist. Manche Fahrzeuge sehen untenrum tatsächlich sehr spannend aus. Im Grundsatz aber ein vernünftiges Löschfahrzeug noch ist, oder Tanklöschfahrzeug in dem Fall. Und wir haben hier den Auftrag bekommen, dieses Fahrzeug genauso zu sanieren, wie wir unsere eigenen Fahrzeuge, die wir auch verkaufen, dann eben auch sanieren. Das heißt also, hier fangen wir jetzt an. Das Auto hatten wir jetzt schon bei der Nutzfahrzeugwerkstatt, die große Durchsicht ist, gemacht. Jetzt bringen wir das Fahrzeug gleich zum Reifendienst, bekommt neue Reifen und dann kommt das Auto wieder zu uns zurück. Und dann wird es hier hinten, werden wir dann wahrscheinlich in späteren Videos dann noch sehen, wird das Auto am Aufbau komplett zerlegt und alle schadhaften Teile, alles was mit Korrosion behaftet ist, wird dort rausgeschnitten, großflächig rausgeschnitten. Man sieht auch hier überall die Korrosion. Wenn man hier so rumschaut, wird es nicht besser. Aufgrund dessen, dass dieses Fahrzeug Baujahr 2000 ist, die restliche Grundsubstanz, unabhängig von dem Gerätekoffer, gerade im unteren Bereich, wirklich noch super ist, lohnt es sich hier mit umfangreichen Karosseriearbeiten, diesen Koffer wieder zu rekonstruieren und wieder instand zu setzen, um das Fahrzeug die nächsten 10, 15 Jahre nochmal auf die Bahn zu bringen. Das heißt, wenn man jetzt hier so sich den Aufbau anschaut und auch hier die Roststellen anschaut und hier hinten, das ist der Grund, warum das Fahrzeug jetzt hier gemacht werden soll. Es lohnt sich auf jeden Fall noch, aufgrund dessen, dass es nicht so alt ist und wir versuchen jetzt das Beste da wieder rauszuholen. Lasst euch überraschen, was wir draus machen. Ich denke, das wird eine gute Sache. Das Auto hat Probleme mit der Ladung gehabt. Da war die Sicherung defekt. Und es entlädt sich. Das Radio ist falsch angeschlossen. Das geht nicht mit Zündung ein und aus. Das ändere ich jetzt da. Und dann müssen wir nochmal den Ruhestrom messen von der Batterie. Also das Radio hat ja quasi ein geschaltetes Plus und eine 30. Und wenn das verwechselt wird oder auf 1 geschaltet wird, dann fährt das Radio nie in Ruhemodus, sage ich mir jetzt mal. Es kommt tatsächlich häufiger vor, dass Fahrzeuge hier bei uns vorgestellt werden, wo die Fahrzeugelektrik nicht so geht, wie sie soll. Aufgrund dessen, dass im Nachgang von manchmal leider auch nicht von ganz sachkundigen Personen hier Dinge nachgerüstet wurden, die dann ein komplettes Problem darstellen. Und wir versuchen es dann wieder zu richten. Und das haben Sie wahrscheinlich hier alles falsch angeschlossen. Und das hat auch irgendjemand selbst gemacht, weil im Fahrzeug baut keiner eine Lüsterklemmer ein. Weil das ist ja jetzt einmal die 30 und das wird das geschaltete Plus sein. Und das haben Sie auf 1 hier draufgeklemmt. Und jetzt haben die hier wahrscheinlich keine 15 irgendwo hergekriegt. Jetzt müssen wir sehen, dass wir hier irgendwoher ein geschaltetes Plus kriegen. Was haben Sie denn da noch angeschlossen? Ach, einen Spannungswandler. Ach genau, und da werden wir das Problem haben, weil der Spannungswandler ja nur an oder nicht an ist. Wir müssen doch was mit einem Relais bauen jetzt hier. Wodrauf ich noch warte, ist eigentlich die Rückfahrkamera. Die soll auch noch ein. Eine Kabelgebundene Rückfahrkamera. Wo du das ganze Auto noch ein Kabel legen musst. Eine Rückfahrkamera macht absolut Sinn, um die Unfallgefahr an der Einsatzstelle, wenn es gerade so hektisch zugeht, so gut wie möglich zu minimieren. was es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ja, jetzt ist unser nächstes Projekt, das Mehrzweckfahrzeug für den Ortsteil Erlau, der Stadt Schleusing, wieder zurückgekommen. Ich habe es gerade aus der Lackierung geholt. Ihr seht, das Fahrzeug wurde komplett neu lackiert in RAL 3000, feuerrot. Aber nicht nur von außen, sondern auch bis in die Türen rein. Das heißt also, wir haben das volle Programm genommen. Das ist wirklich alles das, was früher mal weiß war, außer wo natürlich jetzt hier die Türverkleidung wieder rankommt. Ist alles neu lackiert, zieht sich durch das ganze Fahrzeug so durch, auch innen drinnen, hinten im Mannschaftsraum und im Gepäckraum. Die Teile, die man später noch sieht, sind alle neu lackiert in rot. An dem MAN TGE machen wir wirklich alles neu, sodass es ein Mehrzweckfahrzeug wird, wie die Kunden sich das wünschen und vorstellen. Angefangen vom Lack über Signalanlage, Heckausbau, Besprechungsraum, Funktechnik etc. Und jetzt zeige ich euch noch was ganz anderes. Es ist schon wieder was Neues gekommen. Hier haben wir ein Tanklöschfahrzeug der Stadt Heldburg. Also das Fahrzeug jetzt, das wird auch spannend. Da haben wir einiges dran zu tun. In Thüringen hier im Landkreis Hildburghausen. Das ist ein TLF 1625, Baujahr 2000, Entschuldigung, nicht Baujahr 2000, sondern Baujahr 1994. Dieses Fahrzeug hat 5000 Kilometer gerade drauf, muss auch noch ein paar Jahre fahren dort in der Feuerwehr, hat aber einige Korrosionsschäden. Das heißt also, man sieht es hier schon ganz massiv, aber auch in den Radläufen die entsprechenden Verstrebungen und so weiter sind wirklich sehr, sehr stark mit Korrosion behaftet und wurden auch vom TÜV massiv bemängelt. Also ihr seht selber, bei diesem Fahrzeug ist es tatsächlich 5 vor 12, aber mit einer ordentlichen Karosseriearbeit kriegen wir das wieder gerettet und den TÜV-Mann wieder auf unsere Seite. Und hier haben wir jetzt in Auftrag bekommen, das Fahrzeug auch wieder ähnlich wie wir alle anderen Fahrzeuge revidieren, komplett zu sanieren. Das heißt also, auch hier wird das Fahrzeug grundsaniert, gerade im Kofferaufbau hinten. Und dann werden noch Umfeldbeleuchtung angebaut, neue Signalanlage, Fernscheinwerfer etc. Das sind jetzt so Dinge, die jetzt hier gemacht werden. Auch das könnt ihr in den nächsten Videos, denke ich, noch mit begleiten. So, jetzt sind wir hier bei uns. Aus unserem Werbestudio, die alle Fahrzeuge, die wir bisher verkauft haben oder auch für Kunden gebaut haben, foliert und beklebt haben, so wie die Kunden sich das wünschen. Heute haben wir das Fahrzeug der Werkfeuerwehr Pré abgeholt. Hier steht es jetzt oder holen es jetzt ab, vielmehr, holen es wieder zu uns zurück in die Werkstatt. Jetzt werden die finalen Restarbeiten gemacht und in Kürze wird dann das Fahrzeug bei der Werkfeuerwehr dort übergeben. Ja, an dem Tag waren wir viel unterwegs. Zunächst waren wir in unserer Folierungswerkstatt, wo ein Fahrzeug fertig beklebt worden ist. Dieses haben wir dann weitergefahren zu unserer Nutzfahrzeugwerkstatt. Dort stand dann auch schon ein fertiges Fahrzeug von uns wieder, welches wir mit zurückgenommen haben. Und dann sind wir mit einem wieder fertigen Fahrzeug zum Kunden gefahren, was wir instand gesetzt haben, um es dort wieder ordentlich zu übergeben, den Kameraden zu sagen, was wir repariert haben, Lieferschein durchgehen und alles, was dazu gehört. Und von dort haben wir dann unser Werkstattersatz natürlich wieder mit zurückgenommen. Bei euch ist es so, dass die Bremsanlage, das Auto hat keinen Lufttrockner. Und hat es? Keinen Lufttrockner. Das heißt, es könnte im Winter die Bremsanlage durch Kondenswasser einfrieren und könnte dafür sorgen, dass die Bremse nicht mehr geht. Ja, an der Stelle hat mich unser Nutzfahrzeugmeister explizit darum gebeten, dass bei der Übergabe des Fahrzeugs dann beim Kunden ich nochmal darauf hinweise, dass wir hier Froschschutzmittel auffüllen müssen. Jetzt haben wir euch hier eine Flasche reingestellt mit diesem Froschschutzmittel. Das muss hier aufgefüllt werden. Das ist jetzt aufgefüllt und achtet da drauf, dass im Winter, dass das voll ist. Und damit wird quasi in die Druckluftanlage, wo Kondenswasser entsteht, ein Frostschutzmittel reingesprüht, dass es nicht einfriert, dass ihr nicht bei minus 10 Grad auf die Bremse geht und die Bremse nichts mehr macht. Wäre relativ uncool für die, die drinnen sitzen. Dann war das nächste Problem, warum die Pumpenautomatik nicht mehr ging. Das hier ist der Behälter für die Bremsflüssigkeit, also da ist eine Art Bremsflüssigkeit drin für die Kupplung. Das war leer, da war nichts mehr drin. Und deswegen hat die Pumpe von hinten nicht mehr eingeschaltet, weil das wird ja am Ende auch hier vorne über die Kupplung mit geregelt, einkuppeln, auskuppeln, so wie du das, wenn du die Kupplung trittst, machst. Nur hier in dem Fall wird die Kupplung ja nicht manuell getreten, das wird ja automatisch über einen Pneumatikzylinder gemacht. Dadurch, dass hier keine Flüssigkeiten mehr drin waren, hat das alles nicht mehr funktioniert. Und deswegen konntest du nur noch sporadisch oder gar nicht mehr die Pumpe von hinten einschalten. Funktioniert wieder. Ansonsten sind alle Öle gewechselt, alle Filter gewechselt, alles gemacht, alles sauber, alles safe. Es liegt hier vorne drin ein Serviceheft, da ist alles eingetragen, was alles gemacht wurde und darauf könnt ihr auch aufbauen. Hier ist der andere Stromerzeuger. Die Unterlagen habe ich hier zweimal direkt aus der Werkstatt geholt haben, das gebe ich mal der Ange alles mit. Also wir haben ja für den Stromerzeuger, für beide Stromerzeuger haben wir Protokolle vom Elektroservice, dass die quasi ihre Sicherheitsprüfung gemacht haben, Elektroprüfung gemacht haben. Würde ich der Ange noch mitgeben, wenn sie bei uns mal vorbeikommt. Genauso wie auch das Ladegerät, sobald es bei uns ankommt, das 24 Volt. Gut, da komme ich noch mal hier vor. Die Dose haben wir mit neu gemacht, denn die war innen drin auch schon ein bisschen ausgeklappert. Und da ist immer der größte Fehler, wenn man ein Auto nicht lädt im Gerätehaus. Batterien wurden neu gemacht, also zwei neue Batterien drin. Geht. Ja, wenn dann Fahrzeuge bei uns hier wirklich instand gesetzt werden, ist es so, dass wenn dann unsere Mitarbeiter wirklich erst richtig dran sind, dann manchmal auch Mängel noch sehen, die die Kameraden so noch nicht sehen konnten, dann sind wir natürlich da schnell am Telefon, informieren die Kameraden, die Verantwortlichen und versuchen das auch dann schnellstmöglich mit instand zu setzen. Denn es macht Sinn, wenn es einmal in der Werkstatt ist, das zu machen und nicht einen Mangel nicht zu sagen oder nicht instand zu setzen, denn wir reden ja tatsächlich von Einsatzfahrzeugen. Also bei uns hat er nicht wiederum gezickt oder so. Okay. Und springt auch nochmal an. Die Pumpe hat der Daniel komplett revidiert, ist alles gemacht. Also die soll jetzt selbst sein. Müssen wir die auch wieder laden, weil wir haben sie ja in der Ladehaltung gehabt. Ja, könnt ihr ab und zu mal machen, also ihr müsst sie nicht dauerhaft dran haben. Geht alles wieder. Alles gemacht. Und wichtig, diese Niederschraubventile wieder ein Stück zurückdrehen dran. So. Siehst schon hier, Druckluftanlage ist betriebsbereit. Dann jetzt auf Saugbetrieb. Ich mache mal hier zu. Wenn wir eine Pumpe instand gesetzt haben, revidiert haben, dann muss ich natürlich mit dem Kunden auch vor Ort dann ausprobiert und getestet werden, dass auch alles funktioniert. Und das machen wir in dem Fall. Ich mache hier unten mal zu, also den Entfernungshahn. So. Die Wasserringpumpe ist mit Wasser gefüllt. Die muss immer mit Wasser voll sein, das weißt du ja. So, und dann machen wir einfach nur hier. Warte mal, das ist alles. Das geht noch schwer, weil neue Dichtsätze drin sind. Also nicht, dass wenn einer sagt, irgendwie überschwert, das soll so sein. Weil das neu ist alles, gell. So, Pumpe ein. Und dann sollte sie jetzt hier direkt ansaugen. Gleich. Dankeschön. Viel Spaß. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja, heute geht es Schlag auf Schlag. Jetzt eben haben wir noch das Fahrzeug der Firma Pré abgeholt, aus der Beklebung. Jetzt eben haben wir schon wieder das Fahrzeug aus Untermassfeld getauscht. Das heißt also, das Fahrzeug, was wir in der Pflege hatten, Durchsicht, Puppenrevision, etc., haben wir jetzt gerade wieder zurückgetauscht, haben die ganzen Sachen abgenommen mit dem verantwortlichen Ortsbrandmeister, dass es auch alles funktioniert und nach den Kundenwünschen auch erfüllt worden ist. Jetzt geht es zurück in die Firma, dann besetzen wir gleich das nächste Fahrzeug, ein LF 1612, welches präsentiert wird bei einer Feuerwehr in der Rhön. Da haben wir heute um 18 Uhr einen Termin mit dem Gemeinderat, mit dem Bürgermeister, mit den Verantwortlichen der Feuerwehr, um das Fahrzeug zu präsentieren, um zu schauen, ob es um die Räder auspasst und wie die ganzen Umstände dort sind und vielleicht wollen die Kameraden und die Gemeinde das Fahrzeug dann auch häufig erwerben, nachdem wir das dann nochmal ordentlich instand gesetzt haben und so nach unserer Art und Weise dann auch hergerichtet haben. Das ist jetzt der Plan für die nächsten drei Stunden. Das heißt, es wird nicht langweilig und heute tatsächlich ein echt langer Tag, weil vor 21 Uhr sehe ich mich da noch nicht zeraus. Ja, der nächste Termin ist jetzt in unserem Nachbarlandkreis in der Rhön. Hier geht es um eine Stellprobe für ein Löschgruppenfahrzeug. Die Kameraden wissen schon eigentlich, was sie wollen, haben sich bei uns auch einige Fahrzeuge schon angeschaut. Jetzt geht es aber darum, ob es wirklich final auch ins Geräderhaus reinpasst. Und da es hier um wirklich Zentimeter geht, habe ich angeboten aufgrund dessen, dass auch gute Kunden bei uns sind, dass ich mich da reinsetze ins Fahrzeug und einfach mit einem in Frage kommenden Fahrzeug dorthin fahre, um einmal zu schauen, passt es wirklich rein aufgrund dessen, dass die Einfahrt wirklich sehr kompliziert ist und zum anderen, um das Fahrzeug auch gleich vorzustellen, dass die Verantwortlichen und auch die Feuerwehrleute sich das Fahrzeug anschauen können, um mal zu schauen, ob es passt oder auch das Fahrzeug zu der Feuerwehr passt. Das kommt hin und wieder vor, dass wir auch solche Dinge anbieten und dann auch umsetzen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein sogenanntes HLF stehen, Baujahr 99, ist in der Freiwilligen Feuerwehr Leipzig gelaufen, also in Sachsen. Dieses Fahrzeug ist erstmal, um von unten anzufangen, Allrad getrieben. Es hat eine Gruppenkabine mit allem, was dazugehört. Also das ist jetzt auch noch nicht aufgearbeitet. So ist es jetzt erstmal hier und was man dann daraus macht, steht auf einem anderen Blatt. So, wir haben also hier angefangen, ob man es jetzt braucht oder nicht. Die Ausrüstung der Fahrzeuge, sprich was in den Geräteräumen sich befindet, das legen die Kunden fest und wir versuchen es so gut wie möglich umzusetzen. Wir haben jetzt hier Rettungstechnik drauf, Schere, Spreizer, alles was dazugehört und hier haben wir, das war aber noch für Tesla gebaut, das kann man alles so wieder rausschmeißen. Wir können das für euch so bauen, wie ihr es braucht. Könnte man jetzt sagen, wenn man ein Vegetationsband hätte, ich bin da trotzdem immer ein Verfechter von Verteiler und dann weiterarbeiten, aber hier ist tatsächlich so, mit dem Hochdruckschlauch kannst du schon im Außenangriff wohl bemerkt, das muss ich immer dazu sagen, kannst du die 1600 Liter schon sehr gut komprimieren, also da kannst du schon lange machen. Schlauchtragekörbe, Angriffspaket, Angriffsverteiler, kann man alles auch noch anders bauen, das haben wir jetzt erstmal sporadisch für die, das musst du damals innerhalb von einem Monat besuchen. Markus, wir brauchen ein Auto? Ne, eigentlich waren es drei haben sie gebraucht. Und dann siehst du hier, das was orange oder leuchtgelb ist, ist das Hochdruckteil, das was rot ist, ist der Schnellangriff und das was blau ist, ist Wasser kommt rein und das was rot ist, Normaldruck, Wasser geht raus. Ja, sowohl bei so einer Fahrzeugpräsentation bzw. Stellprobe als auch bei uns in der Firma können die Kunden gerne überall immer drumherum unter die Fahrzeuge hin, die Fahrzeuge überall hin. Wir haben hier nichts zu verstecken. Die Fahrzeuge werden im Nachgang ohnehin erst aufgearbeitet, das heißt also, ein ehrliches Fahrzeug wird präsentiert. So, gut, hier drüben, das ist auch so eine Sache, die muss man dann halt sich überlegen, arbeiten mit Schaum. Also hier der Geräteraum ist am Ende so, hier habe ich nochmal zweiten Angriffsverteiler, ist wie gesagt ein bisschen sporadisch. Zweiter Angriffsverteiler, Schaummittelkorn hier rein, das ist eine Sache, die müsst ihr dann auch besprechen, intern in der Wehrleitung, wie weit braucht ihr Schaum oder nicht und überhaupt. Ja und dann ist es spannend geworden und man hat auch gemerkt, wie etwas Aufregung in der Luft lag, als ich dann den Rückwärtsgang eingelegt habe, um da wirklich ganz vorsichtig mal reinzufahren. Das passt ja eigentlich schon. Es hat gepasst, besser als gedacht. Weiter, 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 weiter. Ich hätte es nicht gedacht. Das sieht echt klein aus, das Tor. Aber jetzt, wenn man hier drinnen steht, ist es schon wieder gut. Von hier sieht es schon wieder gut aus. Wenn ihr hinten steht, sieht es wieder ganz entspannt aus. Wir gucken uns das heute an. Ihr habt ein Bauchgefühl, erstmal ganz wichtig, ob euch das Auto von Haus aus zusagt oder nicht. Das ist erstmal das Wichtigste. Weil ich bin nicht hierher gekommen mit dem Auto, um euch das aufzuquatschen. Es ist nur ein Entgegenkommen von mir, dass wir sagen, okay, wir haben hier eine ganz spezielle Situation aufgrund der Platzverhältnisse. Ich komme hierher, wir probieren das aus, dass alle ihren Frieden auch damit haben. Weil für ihn, für den Bürgermeister ist es schwierig, eine Unterschrift irgendwo drauf zu setzen mit dem Nichtwissen. Kommen jetzt noch Kosten dazu, weil wir hier einen Stotz verändern müssen oder irgendwas. Ist das so? Sicher, dass wir uns vorher abgetreten. Richtig. Und diese Wagenmessungen, passt es jetzt rein oder nicht, wenn es hier gerade um, wie wir es ja gesehen haben, um fünf Zentimeter geht. Deswegen bin ich jetzt erstmal hergefahren. Das ist erstmal für mich wichtig, weil das gehört für mich zu einer guten Beratung dazu. Und ihr seid jetzt halt ganz aus der Welt und seid Kunden von uns und dann ist das für mich auch nicht zur Diskussion. Das absolute Highlight der Freiwilligen Feuerwehr Helmershausen ist das eigene Feuerwehrmuseum. Mit viel Liebe zum Detail und einer spürbaren Feuerwehrpassion wurden hier Ausstellungsstücke aus einer fast schon vergessenen Zeit zusammengetragen. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall. Mittlerweile ist es dunkel. Wir haben dann das Fahrzeug nochmal leuchten lassen und dann ging es nach Hause. Es war nämlich ein verdammt langer Tag.